Musik Vom 27. September bis 10. Oktober stehen die zweiten Waldorfer Musiktage ganz im Zeichen des italienisch-österreichischen Komponisten Antonio Salieri. Timo Joko Herrmann, Organisator der Musiktage, erläuterte Lokalmatador, warum man sich 2010 für eine Hommage an dieses unterschätzte Musikgenie entschieden hat. Also wir werden bei den diesjährigen Musiktagen ein musikalisches Porträt von Antonio Salieri präsentieren.